und hier ist es Patus Quetzes Kupo jetzt haben wir nämlich 1 2 Weigänge dann gehen wir hier als erstes lang Vorsicht, ich nehme den Hammer Aha, siehst du mal was dann runterneu ist Zertus Quartz und auch mal gefunden Ömer Kratzkelett und ich sehe es gelät und wer kommt von da von hier kam er ihr geht's dann doch weiter ja ich werde gerade beschossen ja, da war es 2 ja jetzt ist er tot siehst du doch wo die Pfeile stecken oder und welcher Richtung der Ausrutsch Zielen wurde es kam einer wo es weiter auch noch weiter geht weitergeht die Letzte kam nicht von hinten aus bei ihr weiter noch weiter Prozent hier oben ist Zeit ist kurz aber er ist als sie dran kommst das ist ja egal ob wir können normaler sind können wir erlauben aber mit einer Glücksspitz Hacke und schon ist damit mehr wird er will sich ja nicht schreit das ist so wie viel wird ja und mega viel noch drin Romer Spitz Hacke und wurde da geht es runter da geht es lang und da geht es runter Gold wo ich jetzt auch noch mal runter ja aber hier kommen wir nicht ohne weiteres Winter das war wenn wir wollen echt ja von der anderen Seite dahin weil irgendwie ist die komplett miteinander verbunden das das ist das 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 unter nur wie zuhause und durchspotten würde ich nicht weil sie hört man aber und bequerten und ja sowieso nix Und dann bleibt nur noch hier. Oh, oder hier. Den Gericht, den ich gerade versehen nicht freigelicht habe. Wäre auch nicht schlimm. Dann gehen wir da erst. Ups. Das war nur Eisen. Tö, irgendwo Skeletti, die Skeletten, oder? Ja, der kann von einer anderen Seite aber auch kommen. Also ich hatte vorhin noch Wäsche gehören. Äh, ich sehe. Warte, warte. Oh, Gold. Aber hier ist auch dann empty. Also hier ist noch ein Zettusquartz. Ich leuchte mal eben hier aus. Oh, zwei Zettusquartz, die hatte ich jetzt nicht gesehen. Und ein Skelettkopf. Also wir haben echt mega Rohstoffe. Ja, Rohstofftechnisch sieht es echt gut aus. Ich höre aber irgendwo noch ein Monster. Ich würde weggehen. Ich würde weggehen. Ja, kann ich nicht. Ich bin gerade... Ja. Spät ist das. Ja, was? Also von auf der anderen Seite geht es aber auch nochmal runter. Ja, wo meine Spitz hat gemacht, glaube ich, nicht mehr ganz so lange mit. Ja, vielleicht sollten wir dann kurz mal zurück die Sachen schon mal... Wegbringen, meinst du? Ja, und irgendwo vielleicht hier zum Beispiel Zwischenlagern. Also Betten und Schildchen. Mal in der Zeit kann das ja schön fertig werden. Melzen und... Das stimmt. Mal in der Zeit. Warum uns das hier noch ein bisschen aus und dann? Ich habe die Tür ja auch mitgenommen. Muss ja auch nicht riesig sein. Aber irgendwo ist die noch eine Hölle. Aber irgendwo ist die noch eine Hölle. und Gold Erz. Oh, noch mehr Gold. Auf der anderen Seite war ja auch noch ein Weg. Ich wollte eigentlich nur mal geguckt haben, wo denn vielleicht. Aber wir könnten hier aber auch Eierbettchen machen. Ja, so. Ich hebe mal eben einen Würfel aus. Na, ich nehme mal unser Zimmer mit. Ich habe nur immer so Angst, hier durchzuklatschen. Ja, deswegen... Mache ich auch nicht so viel, sodass das gerade eben reicht. Oh, ein kleines Häusler. Ich habe hier ein Viereck ausgeholt. Ausgehöhlt? Ja. Verdammt, das hatte ich jetzt auch vor. Reicht ja, mehr brauchen wir ja nicht. So, ach so, da war die Tür. Na. Da war die Tür doch. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch eins, was da unten geht. Und sonst muss man wieder zurück. Macht nichts, haben wir ja schon gut abgefunden. So, Bett wollte sie hier lassen, oder was? Ja, ich wollte sie hier lassen. So, Schülchen muss ich aufstellen. Hast du genug gegessen? Ne, ich erst gleich noch mal was. Aber ich muss das eh eh erst noch B nennen. Und mein Stift ist auch schon fast. Das ist bloß Fälles hier. Ja, ich habe noch zwei Stifte. Weil, erst nach der Reise waren wir an die Sachen aufzuteilen, man hat ja keinen Sinn, man hat jetzt schon auftreten. Äh, ne, hat recht. Ne, ne, eine Kleinigkeit futtern oder sowas. Äh. Ah, hier hab ich noch so Blaubeeren. Äh. 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 Ihr sagt doch was, ich hab, ich hätte auch noch Burger, ganz viele. So, ne, hab ich auch noch, ich hab noch Burger, das war nicht das Thema. Also ich hab noch fast nen ganzen Rucksack voll. Ist nicht das Thema. Boah. So, Metaporter. So. Wui, ich bin da. Ja, ich muss gucken. Oh, was sind hier weit gereist? Bisschen. Ja, gut mit den Schildern geht das einfach so einfach. Ja gut, jetzt, nämlich natürlich, äh, ein Burger. Sie haben einen Burger Deluxe. Äh. Jetzt. Ich mach einen Pilz-Burger. Äh. 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 Zähl dich nur nicht, das ist lustig. Äh. Bisschen da. Alles richtig. Ja, danke. Aua. Ich hab nur die Löcher meinem Dir zugemacht. Äh. Also vor den Baum? Ja. Ja. Ja, ich geh schon mal malen, ne? Das war klar, dass du sowas machst. Malen nach Zahlen mach ich. Tu mir bitte die Sachen da in der Kiste. Ich mach das so gerne. Muss ich mal eben, nämlich den dicken Wuchs. Äh. Nein, ich will ihn nicht umbenennen. Alter. Na doch. Weise. Weise. So, erst mal. Erdewick. Heißt gar nicht, kann man das Jelurid auch zer... Jelurid... Erd auch? Äh, klar. Ja, kannst du auch. Sollen wir dann malen. Ja, klar, klar, klar. Ich pack jetzt nämlich alle Erdse, die ich jetzt gerade so habe. Die noch reinpassen. Ich geh hier erstmal rein. Ähm, ich pack jetzt erstmal so. Zack, 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 zack. Zack, zack. Oh. Ich bin voll. So, Zinnerz. Ich pack alle Erdse. Boah, hab ich ein Zinnobererz, das brauche ich aber nicht hier. Nee, das brauchst du unten. Alle Erdse da rein, genau. Ich mal die dann. Genau. Ein Silbererzer hab ich. Hast du irgendwo ne Müll... Ah, da ist ne Müllton. Da ist ne Müllton. Da ist ne Müllton. Weg damit. So, weg damit. Weg damit. Weg damit. Ich hab auch 20 Gold Erd. Cool, ne? Weg damit. Ich hab... Ich weiß gar nicht wie viele. 30! Okay. Ja, ist ja auch egal wie viel wir hat. Ja, ja, ja. Hauptsache ich hab das Meister. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Hauptsache wir kriegen genug zusammen, weil wir brauchen beide verdammt viel. Genau. So. Dann kann ich jetzt auch mal direkt den Müll mal wegschmeißen. So. Weil ich brauch das alles gar nicht eigentlich. Warte doch. auch das Granit wollte ich halten Prozent zum Beispiel in Brassau und Befirma es wird sich in der Art von mir und das sind zartes es ist das kann es aber auch für sich in die Schmiede packen Backzack weg und noch für den Stadts weg Die Zertus-Kristalle, die tue ich bei mir mit ins ME-System Ja, ja, mach mal Kann mir die ja mobsen Wieso kriegst du eigentlich alle Zertus-Kristalle? Weil ich die einmal jetzt schon im ME-System hab Ja, vielleicht müsste ich aber auch welche haben zum Craften Ich muss ja jedes Mal zu dir, das ist ja für du Nein, Quatsch, ich hol mir dann welche Ich hol mir die Hälfte dann aus dem ME-System, wenn wir alle haben Ja Ganz einfach, wenn ich welche brauche, kann ich mir die Hälfte ja rausholen Genau, so, die Kohleblöcke, Kohle hatte ich ja die ganze Zeit eh schon immer wieder reingeschmissen bei mir 27 Vier Silber hab ich übrigens Ja, ist gut Wärst nicht viel, aber immerhin Besser als gar nichts Ja, das Problem ist Den Müll auch direkt mal da raus Knochen brauche ich, den brauche ich nicht Oh, ich hab Zompf, äh Zombie-Köpfe Kombi-Köpfe Ich hab einen Zombie-Kopf und einen Skelettsschädel Okay, das war auch schlecht Reicht ja Verzeichen wir zu viel Ja, das brauch ich doch nicht Also erstmal Ich brauch die ja jetzt im Moment Mag ich die noch nicht wirklich einfach Richtig So, Salz Da steht ein bisschen ne wenig Bist du ne wenig Nö, äh Ich kenne mich ja Gott sei Dank in meinem Büchchen ein bisschen aus hier Das sag ich mal Salz Neh ich nicht Ich bei dir nicht aus So, Zombie-köpfe Alles ins ME-System. Oh, meine Platten gehen so langsam voll. Ja, so ein bisschen. Oh. Nicht einpacken, das ist mal so zu sagen. Wollte ich wieder haben, bitte. Ey, du hast ins Gletschädel schon? Okay. Habe ich doch gesagt. War das deiner jetzt? Ja, ne? Ja. Gut. Hast mir den wieder zugeworfen. Ich hoffe, dass es deiner ist. Ja, Reise, Reise. Okay. Ja, ich habe auch einen Reise-Reise-Rucksack. Ja, aber meiner ist lila. Spinnenauge, komm hier, zack, weg. Äh, ich mache hier die ganze Zeit meine Rucksäcke. Ich will die doch nur nach oben tun. Meilenstiefel. Echt das? Meilenstiefel? Ja, heißt mein Rucksack. Ach so. So, ich gucke mal nach den Inder-Perlen. Also, wie gesagt, ich habe viele Rucksäcke. Und da würde ich mich auch gleich, vielleicht während deines Schmelz-Vorgangs, nur um kümmern, vielleicht einen Ernta zu bauen. Sie sind fertig, liebe Faye! Nächsten Inder-Perlen sind fertig. So. Heißt, wir haben wieder vier Inder-Perlen. Das ist cool. Ja, das Problem ist, wir müssten die echt, ähm, automatisiert... Genau, und da würde ich mich, glaube ich, vielleicht drum kümmern wollen. Und da könnte ich aber eigentlich davon nochmal was rein-kacken, äh, kacken, ja. Packen, wollte ich sagen. Alter, Falter. Äh, ich muss mal ein bisschen gucken, was ich jetzt mach. Warte mal. Wenn ich mal ein bisschen mehr Platz in meinem Inventar habe, packe ich jetzt mal meinen lila Rucksack, weil der... Wow, wow, wow. Ach, den kann ich auch noch nicht. Ähm, dann pack ich jetzt erstmal meine Fackeln und meine Schaufel weg, meine Spitzacke, meine Fackel, mein Hammer, mein Essen, mein Schwert, weil das brauche ich ja jetzt gerade hier nicht. Das ist das, was ich zu der Reise mitmache. Ich kriege da... Nee, ich kriege da... einen Zinnbusch kriege ich nicht oben drauf, ne. Ich muss mal gucken, wie das nochmal genau war. Au, 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 au. Vielleicht gebückt? Nee, auch nicht, nee. Ne, man war so vor, ist, fuck, und... Also normalerweise so der... Ach, normal. So, lololololololon. Ich bin mit dabei... Watt, haben wir hier, was ist das für ein... Buschkupferbärenbusch, weißt du, da mach ich die Büsche einfach alle Büsche zu sich selbst. selbst machen wir denn hier st ich möchte das Volk hier hat Mane voll gerne so viel Spaß brauchst du mal noch zahlen Hahahaha Knochen du bist sich es tut Max jetzt erst wird er getreten und man wird es alle nicht ernst ich habe voll und zu holen aber sowas von ich bin du bist auch der böseste mensch auf erden das ist eigentlich nichts neues wir sind erst mal in Wien Eisenkies wird so ein bisschen beisammen nachher führst in drei über die schau Rauchen für Spaß gibt der fähige Arbeit indem du so den ganzen Tag so, der Ernter den bräuchten war und wie hieß der andere Pflanzer heißt der Pflanzer? ja, er ist Pflanzer so, Maschinenblock äh gut, dafür brauchen wir Eisengitter hab ich noch Eisengitter vielleicht? doch, ich hab sogar noch Eisengitter alles klar, auch nicht elf Goldbarren haben wir schon mal da drin so Basiskondensate alles klar, kann ich machen nur das Silber ist spärlich da haben wir jetzt fünf Barren äh, fünf äh Erze so, Maschinenhülle da kann ich direkt zwei machen weil da brauchen wir eh nachher so, Plastik haben wir eigentlich auch Maschinenkolben eins zwei was hab ich denn jetzt hier? den Pflanzer, ne? ja, ja, alles klar den, den, den oh nein äh Z-Logik ich brauch'n Zombie-Kopf ich brauch' Solarium ich brauch'n Rettstum du brauch'n Zombie-Kopf? warte ja, Solarium soll ich dir einen hinschmeißen? ähm ich hab' einen ja hab' den jetzt gerade griffbereit hab' ich kein Solarium mehr? ah, nee, Solarium hast du, ne? so, okay bitteschön Zombie-Kopf geliefert Solarium wie heißt'n das? wie ist denn das jetzt noch? Solarium hab' ich keinen Solarium mehr? der Seelensand Seelensand krieg'n Seelensand dazu Ah, das ist ein Meter, ja, ja und Goldbarren hab' ich hab' ich kein Solarium mehr? so hab' ich kein Solarium mehr hab' ich kein Solarium mehr und vorgucken Opfer sonst muss ich die Liter geben kurz in die Liter in die Zeit kurz in die Liter ja, 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 nur in kurz weißt du, wo Seelensand da ist? da ist ja, 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 ja jenesand so fast überall der ist auf jeder Ecke und ich hab' noch siehensand wir sehen da findest du echt an jeder Ecke als die sie so haben wir noch um Seelen so ein 46er Blöcke um so vielleicht noch mal die Kuhl-Liter wenn er so lustig da ist Mimimi so jetzt und natürlich Gold dann brauche ich aber die Maschine wurde gerade die Regierungsschmelze brauche ich dann erwartet die macht er eben jetzt ein Solarium dann pack ich mal eben da ist noch genug Kohle drin Seelensand und Gold alles klar nutzt dann auch noch mal Parallel dann mit zwei Öfen damit das ein bisschen schneller alles geht so damit gehen die Goldbarren schon wieder hops Kohle Äh was Kohle Aua Für die normalen Öfen Die nutze ich doch jetzt noch nebenbei damit das alles ein bisschen Hier oben immer noch Danke dass du einfach weiter Quatsch obwohl ich mir weh du sag Aua da oben Tust dir weh Ja da hat echt höllisch weh getan gerade Wo dran Vergessen einfach Tja ich brauche da eigentlich mehr Gold ne ich habe nur Gold in den Nuggets also viel brauche ich jetzt zu viel Gold in den Nuggets vielleicht nicht Ja das ist ja schon gut dass wir 50 Gold an sich haben Ja leider nur Aber wir bräuchten mehr Gold Büsche oder ich muss Aber läuft das Läuft das dann noch in der Query mit Das Problem ist dass wir die Mods viel zu spät angewendet haben Dann hättest du mehr Ja das glaube ich weniger Doch Weil wir nehmen nur her Finde man generell selten Alle anderen Büsche finde ich viel Aber komischerweise die Golddinger Die finde ich so selten Ja tief Hast du noch Goldbarren gerade parat Goldbarren sind hier in der Truhe noch Goldbarren Darf ich mir Goldbarren nehmen Nehmen sie Dann kann ich nämlich noch ein bisschen Solarium nehmen Machen Wenn du mir nachher ein paar Goldbarren wenigstens gibst Weil ich hab echt kaum Gold Ich hab nicht alle Ich hab nicht alle genommen Ich hab nur Nein 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 Darum geht es sich nicht Ob du jetzt alle genommen hast oder nicht Wenn jetzt Alle genommen hättest Wäre es so halt im Moment gewesen Silizium Oh 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 Also Eisen haben wir keine Not im Moment Silizium Redstone Redstone Hattest du mir den Kopf jetzt gegeben? Ja hab ich dir zugeschlossen Ja hab ich dir zugeschlossen Also alles klar Ähm Wo war der? Achter Ja Sonst sag ich doch nicht Ich geb dir den Kopf wenn Pssst Solarium Kopf Solarium 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 Rettstone Mittig Silizium Müsste eigentlich richtig sein oder? Achso Vielleicht mal einschalten Trottel Kann ich ja auch immer aktiv lassen Kann ich ja auch immer aktiv lassen Weil das ist ja eigentlich egal Erst wenn ich einen Verbrauch brauch der ja später Du 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 Und die beiden Akkus sind eigentlich relativ voll Hast du gleich noch Feuerstein? Ähm Muss ich gleich gucken So Dann mach ich ja gleich jetzt nochmal Redstone Weil wir brauchen Wenn wollen wir ja Ne? Wollen wir ja das haben Äh hast du noch grad nen Kopf? Ja Kann ich rausholen So Zombie Kopf Was wolltest du haben? Hallo Fliegen wir gerade? Ja gar nicht Ich hab nur extreme Lachs Äh Na ich hab gerade Lachs Ich auch Ähm Was braucht das Feuer ne? Feuerstein Alles klar Paar Steine Genau Weil wir so viel haben Was wir noch Schm- Na warte Jo Ich hab voll mega Pin-Einbruch Mh Riech nicht Warte Ah Was ist denn das jetzt? Ich hab nachgefüllt Danke Danke So Kopf Und dann Solarium Solarium Sack Läuft durch Kannst du ja Oh ja Ich hab nur noch einen einzigen Balken Das heißt ich weiß gar nicht warum das los ist Du hast noch zwei Ping-Balken Siehste wenn du die wechselt Jetzt hab ich wieder voll Also super internet hier Ganz klasse Äh ich mich auch gerade extremst Äh ich mich auch gerade extremst Da brauchst du nur die Tapp-Taste wechsel Äh die wechseltaste Tapp-Taste Äh Anklick dann siehst du einfach nicht Ja es ist nervig langsam Ich bin froh wenn unser Glasfaser liegt So So Deine 6 Steine sind fertig Achso Alles klar kann ich rausnehmen Wie ist Seelensand Alles klar Will ich den wieder nutzen Also Jetzt kann ich den ruhig nutzen Ja ja Kann ich den jetzt ruhig nutzen Okay So Und dann haben wir Ui Finden Achso So ein Blumentopf Äh Ziegel Wie mach ich denn Ziegel aus Ton Äh Ziemlich veralbern Hab ich jetzt Ton hier irgendwo Eigentlich wollten wir heute WoW spielen Nicht blöge Kuh Habt natürlich vergessen Ich würde auch nicht glaubt Ich glaube ich das doch noch mal Nee Ton in der Nacht Jetzt hast du alles immer in Anspruch und näher geht runter Ach das ist ja auch immer schon raus Das schnell gemacht Der nimmt und macht jetzt die nächsten Drei und dann ist fertig Ja der Mittag schnell ein Schluck Jürgen Durst Ach Krieg nicht mal mehr die Eisenbarren hier richtig raus Ach